Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Repsplay. Weiter geht's mit meinem kleinen DeLorean, ich hab mal wieder 3 gegen 3 und 1 gegen 1 eingestellt. Und da hoffe ich doch, dass wir ein paar Siege einheimsen können. Meine Nase ist wieder zu, das macht aber nix, dann rede ich halt ein bisschen mit verstopfter Nase. Meine Katze sitzt auf dem Sofa und schaut mir zu. Soll ich mal winken, ich wink mal, hallo. Sie schaut mich komisch an. Ein merkwürdiges Tier. So, was haben wir? Ein 1 gegen 1 gegen Pascal, 8488. Das war ganz schön knapp. Er holt sich nicht das Nitro, sondern fährt direkt zum Ball. War vielleicht eine gute Entscheidung von ihm. Ei, 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 ei. Oh, Gott. Habt ihr das gesehen, ey? Ich dachte, der holt ihn jetzt nochmal raus. Und los! Alter! Was war das denn für ein Schuss? Roll rein! Nein! Okay, Pascal, 8488. Zeig mir, was du kannst. Und nun? Alter! So genau will ich nicht wissen, was du kannst. Aber gut. Weg mit dir! Flieg! Ah, scheiße. Oh! Jetzt hat er mich echt verarscht. Oh nein! 1-1! Jetzt hat er mich echt am Arsch verarscht am Ende. Der fährt ja nicht mal mit einem DeLorean. Oh, scheiße! Der setzt bestimmt zum Nachschuss an. Ich weiß nicht, ob er fliegen wird. Der ging ja wohl meilenweit daneben. Schön abgerollt. Und wieder nach oben. Und zack. So, der fährt fe- Ja, er fährt kreisrund. Oh. Ich hab jetzt kurz überlegt zu fliegen, aber dann hab ich mich dagegen entschieden. Wird jetzt erstmal ihn schießen lassen. Oh! Wird das das 2? Nein. Das wird nicht das 2-1. Der war auch scheiße von mir. Oh, Mann, ey. Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Scheiße! Da hätte ich nichts mehr machen können tun. Hätten machen können tun. Krieg ich besser hin. Und los! Oh, nein! Geh daneben! Scheiße! Was ist denn los? Nur noch 3 Minuten für 3 Tore, um zu gewinnen. Aber 2 Tore zum Aufholen, dann gibt's ja schon mal eine Verlängerung. Das reicht ja erstmal. Alter, was ist denn das? Ich glaube, Pascal gewinnt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Komm, steh doch auf, du Kack-Auto! Dass man einem Auto sagen muss, dass es aufsteht. Das ist ja schon... Alter, hat der den noch bekommen, ey. Ich würde sagen, dieses Match habe ich verloren. Aber ich werde natürlich kämpfen wie ein Löwe. Sehr schön. 2 Tore in 2 Minuten kann ich eigentlich noch schaffen. Oh, der hat die coole Datenspur, äh, Raketenspur drin. Datenstrom heißt sie so, nicht Datenspur. Wo ist der Ball? Oh, der hat die coole Datenspur, äh, Raketenspur drin. Oh, man. Das ist zu gefährlich, wenn ich jetzt da geflogen wäre. Kreise, verdammt. Jetzt, jetzt, was macht der denn da? Oh, okay, okay, da kann ich rausgehen. Da kann ich rausgehen, das bringt nichts. Gut, nächstes Match. Erste schon mal verloren, ist ja schon mal blöd. Aber okay. Jeder verliert mal. Und jeder stößt mal auf seinen Meister. Was steht da eigentlich? Out of time! Steht das, äh, im Film auch so da drauf? Ich weiß es gar nicht. Warum haben wir eigentlich so ein DeLorean genommen? Die hätten doch auch einen VW Golf nehmen können. Ne, das passt schon gut, das Auto. Gut, so. Den kriegt der. Ja, den kriegt der auch. Brauchen wir ja schon gar nicht mehr nachgucken. Ja, ja, so. Jetzt muss ich mal gucken. Erstmal den Gegner so ein bisschen abtasten und, und so. Oh, beschnuppern, sag ich mal. Der spielt hingegen die Bande, das war klar. Da muss man im Flugmodus gehen. Wie beim Handy, wie beim iPhone. Weiße. Oh, das geht ja am Dach. Weiße, jetzt muss ich wieder in den Verteidigungsmodus. Er spielt wieder an die Bande. Und ich kläre das wieder. Ja, so. 1 zu 0 für mich. 1 zu 0 für mich. Danke. Da werde ich doch gelobt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ach, der fliegt ja immer noch. Okay. So, lasse ich den schießen oder lasse ich ihn nicht schießen? Oh, shit. Oh, scheiße. Nein, der hat ihn erwischt. Oh, Mann, okay. Weiter geht's. Es ist wieder alles offen. Aua. Das war ich, du Arsch. Ah. Nein. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt mit dem Winkel. Oh, der ist zu hoch. Das gibt's nicht. Oh, jetzt rammt er mich weg, bevor ich den Ball berühren konnte. Mies, 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 mies. Das ist ein blöden Kürbisbus da. Oh, scheiße. Oh, lol. Oh, lol. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Gott. Was, wie schlecht war das denn? Weg damit. Zum Tor. Und nun? Ja, 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 ja. Yes. Ja, was für eine Parade. Kannst du laut sagen? Die guck ich mir doch gerne mal an. Sehr geil. Wo ist er denn? Oh, der geht ein bisschen drüber. Ein bisschen ist gut. Der wird nach rechts schießen. Oh, danke. Attacke. Danke. Drei zu eins. Ob er das auch aufholen kann. Theoretisch ist alles möglich. Aber untheoretisch? Weiß ich es nicht. Alter. Oh, verkackt. Okay, ich werde jetzt einfach nur noch verteidigen. Weiß für Angriff ist die beste Verteidigung, aber ich mach das jetzt einfach. Ja, komm. Gib dir Mühe, kleiner Spatz. Der kämpft ja schon alleine mit dem Ball. Ja, das war's. Sehr schön. Das zweite habe ich gewonnen. Und bin damit in Silber 2. Ist das zu glauben? Silber 2. Eine Runde geht noch. Dann werde ich ein bisschen uncharted 2 spielen. Gibt es bei mir auch auf dem Kanal zu sehen. Schaut mal einfach in den Kanal rein. Da findet ihr bei Aktuelle Projekte immer die Spiele, die ich gerade spiele. Die noch nicht abgeschlossen sind. Und falls ihr Interesse an dem Spiel habt, könnt ihr gerne zuschauen. Also ich finde es auf jeden Fall geil. Ich habe hier die komplette Master Collection. Oder wie heißt sie? Ne, Special Edition von der Nathan Drake Collection. So heißt sie ja. Nicht Master Collection. Und den ersten Teil habe ich schon komplett fertig. Den zweiten fange ich jetzt an. Und der dritte wird natürlich auch geil. Und der vierte kommt dann auch im März. Oh, ein 3 gegen 3 zum Abschluss. Alex Lemon, den kenne ich. Gegen den habe ich mal im 2 gegen 2 gespielt. Mit dem Tim. Ich weiß aber nicht mehr, ob der gut war oder nicht mehr gut war. Aber lustig, dass man den hier wieder trifft. Alex Lemon. So, was mache ich? Ich weiß es noch nicht. Wir sind auf jeden Fall Team Blau. Oh, das war ein knappes Ding. Könnt ihr damit was anfangen? Guter Schuss, ja danke. Hat aber überhaupt nichts gebracht. Außer, dass keiner von euch die Flanke angenommen hat. So. Er hat ihn abgeblockt. Ah. Ah, wie knapp ich da dran vorbeigeflogen bin. Take care of the goal, my friend. Der geht daneben. Und da ist keiner für den Nachschub doch des Moodles. Pass auf. Alex Lemon regelt das. Oh, 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 oh. Fahr. Woo. Kurz mal über das Nitro gedriftet. So wie sich das gehört. Für einen waschechten DeLorean. Okay. Ich sehe, ich habe es hier mit Profis zu tun. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Alter. Drei Chancen vertan. Ging da aber schon hin. Ja. Das. Gracias, mi señor friend. Guck mal. Nach unten. Bam. Wieder hoch. Gegen mich. Und dann wieder runter. Und dann wieder hoch. Und dann wieder runter. Und dann wieder hoch. Und dann wieder runter. Und dann alles so. Oh, oh. Was ist denn mit dem da? Ist der Afka? Oh. Aufpassen, Jungs. Zurück, zurückbleiben. Oh. Oh, gut noch abgeleitet. Scheiße. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Jetzt war gerne aufs Nitro gewartet, aber. Oh. Muss ich halt auf das da warten. Das ist auch nicht da. Jetzt werden wir aber bombardiert, oder was? Ne? Da geht es mal ein bisschen in die andere Richtung. Shoot. Oh, der war vor mir dran. So, ich hole mir das nicht drauf. Jetzt gebe ich ein bisschen Gummi. Am Ball vorbei. Oh, Alter. Oh, Gott. Ich will da gar nicht hingucken. Alter. Alter, Mann, ey. Jetzt mach ihn rein. Warum ist da niemand für den Nachschuss? Der Nachschuss ist immer das Wichtigste bei Rocket League, weil der erste Ball wird meistens gehalten. Aber der zweite dann umso weniger. Oh, oh. Und jetzt Shoot. Aufs Tor. Ah. Nochmal abgefälscht. Einer ist gestorben. Oh, der war auch noch dran, ey. Komm, raus aus dem Tor. Oh, Mann. Ja. 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 Ach, Typ. Schön ist die Droh. Es wird noch ein spannendes Match hier, glaube ich. Ja, 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 ja. Danke. Blipp. Da klebe ich mich an die Wand wie eine Fliege. Zack. Wande. Und bam. Eigentor. Boah. Wollt du nur noch eine Minute aushalten? Okay, der steht links. Dann fahre ich, also hinten meine ich. Dann fahre ich doch mal Nitro holen. Okay. Yes. Gut. DL. Einer ist raus. Ich denke, das haben wir gewonnen. Pew. Schön gemacht. Ich bleib im Tor und verteidige. Der geht nicht rein, oder? Nee. Der auch nicht. Tja, die sind nur noch zu zweit. Jawoll. Sehr geil. 4 zu 1. Oh, da war schon wieder einer hinter mir. Ich habe es eigentlich gehört, aber ist ja auch egal. Wir haben ja gewonnen. Yeah. Wuhu. So, wer fährt? Ich fahre nicht. Ah, okay. Da muss ein anderer fährt. Und da ist das 6 zu 1. Ist das denn zu glauben? Ja. Zack. Schön gemacht. Komm, kriegen wir noch eins hin? Nein. Der war leider zu schief gespielt. Ah. Nein. Oh. Okay, das war's. Bronze 3. Hö. Oh, Mann. Immerhin. 300 Punkte schon mal gesammelt. Und meine Nase ist total verstopft. Ich hoffe, ihr hört das nicht so stark, wie es sich anfühlt. Ich bedanke mich dennoch fürs Zuschauen. Schreibt ein paar Challenge-Ideen in die Kommentare. Würde mich freuen. Lasst einen Daumen da oben da für maximalen Support. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann braucht ihr einfach nur zu abonnieren. Ja, danke. Und dann sage ich Tschüss und stay papp. Ciao. Tschüss.